Okay, und weiter geht's mit Part 5. Ja, ähm... Was zum... der Fernseher? Warum geht denn plötzlich der Fernseher an? Ich hasse es, wenn in Horrorfilmen und Horrorspielen ein Fernseher angeht. Wir wollten uns das... Bleib ja aus. Tagebuch der Frau Meyers angucken. Darlene, glaube ich, hieß sie. Ja, und gucken, was passiert ist. Darlene Meyers Tagebuch. 9.11.1985. Gestern hatte ich Besuch von einer netten Nachbarin. Sie war gerade erst hierher gezogen. Und wir unterhielten uns über dies und das. Als ich den Kaffee aus der Küche hole, hörte ich meinen Mann im Büro mit jemandem sprechen. Es schien eine sehr vertraute Person gewesen zu sein. Hat er eine Affäre? Das würde mir noch nicht antun. Und wir hatten es, glaube ich, schon mal gelesen. Oder tue ich mich jetzt? Oder vielleicht... Andere, oder? Was war das? Moment, Moment, Moment. Aber sie wurde meist die Verführerin genannt. Hm. Hm. Es passt zum Namen. Können wir nicht schreiben. Ah, das ist aber erst noch nicht... Scheint noch nicht interessant zu sein. Ach, die Namen hatten wir auch schon. Die Bücher scheinen ohnehin zu sein. Krass. Speichern wir nochmal. Hm. 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 Gut. Wollen wir euch rein? Nein. Vielleicht... Ja, rauskommen wir hier nicht. Ja. Ach, die Schaktur sehen. Vielleicht setzen wir das mal. Mal gucken. Nein. Nein. Oder vielleicht hat sich der Zettel geändert? Nein. Ist auch noch derselbe. Ja, aber wenn's nicht... Hm. Hatten wir alle Dämonenbücher schon gelesen? Viertel hatten wir... Das Viertel hatten wir auch, ne? Sa... Sa... Baal. Ähm. So groß hatten wir auch. Ja, die... Grundlagen und Lucifer. Dann die Meiers Tagebuch. Vielleicht nochmal Karl Meiers Tagebuch reinschauen? Ah, Moment. Ähm. Ne. Oh. Äh, das ist ein Eintrag von diesem Karl Meiers. Das muss der Mann von Darlene Meiers sein. Aber warum böse? Was meint er denn damit? Keine Möglichkeit zu beweisen, dass ich unschuldig war. Was soll das wieder bedeuten? Vielleicht... Ähm. Vielleicht hat das was mit dem fünften Opfer zu tun. Ich meine, wurde das fünfte Opfer im gleichen Jahr gefunden. Äh, wo dieser Tagebucheintrag geschrieben wurde. Außerdem scheint es der letzte Eintrag von Karl Meiers zu sein, nachdem er sich erhängt hat. Nachdem? Okay. Alles sehr seltsam. Ja, alles stimmt. Naja, ich bin müde. Ich werde dann mal ins Bett. Ist sowieso schon spät. Ja, äh, den Tagebucheintrag hatten wir ja schon gelesen. Das ist der Mensch, der keine, äh, keinen Regenerations-, Reinkarnationswissen mehr von sich hat. Von seinem früheren Leben. Und so. Ähm. Wie gehen wir nochmal speichern? Ja, ich weiß, ich speichere wirklich verdammt viele. Es tut mir auch leid, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich einmal zu wenig gespeichert hatte beim letzten Mal. Und wieder vergeht die Zeit schnell. 21.09.1997. Klack. Oh, da liegt ein Zettel. Direkt neben dir. Was passiert hier nur? Wenn ich doch nur etwas mehr Geld hätte, dann würde ich diesen Wohnblock am liebsten verlassen. Und ich bekomme das Geld erst am Ende des Monats. Wie viel Pech kann man eigentlich noch haben? Oh, das ist halt gut. Aber jetzt... Aber was jetzt? Wenn ich schlafe, dann wird was passieren. Aber was jetzt? Wenn ich schlafe, dann wird was passieren. Ich weiß es. Ich fühle es. Ich werde einfach wach bleiben. Solange bis es morgen ist. Das werde ich schaffen. Ich habe da keine andere Wahl. Aha. Schon wieder so ein Zettel. 3. Ja, der Zettel scheint effektiv runterzuzählen. Bühlt ist gerade dunkler. Oder bin ich blöd? Was ist denn jetzt los? Langsamer. Was liegt es doch an? Nein, scheiße. Alles dreht sich. Verdammt, ich muss eingeschlafen sein. Ist das vorbei? Vielleicht war es das. Jetzt ist alles vorbei. Ich habe es... Was? Nein, das kann nicht. Es ist vorbei. Ich habe es geschafft. Es ist vorbei. Ich sagte, es ist vorbei. Und wieder ein Zettel. Schon wieder diese Zettel. Da liegt auch ein Brief mit dabei. Ach, wie. Hiermit will ich mein Ende bekannt geben. Ich starb am 19.01.1989. Ich habe alles geplant. Und es ging alles von meiner Entscheidung aus. Jeremy Christoph. Jeremy Christoph? Der Name sagt mir was. Vielleicht finde ich etwas über ihn. Ja, das tust du in der Tat. Es sieht immer schlimmer hier aus. Und die Uhr dreht auch durch. Oh nein, 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 oh nein. Oh. Und direkt frei. Ah, diese Scheiße mit dem Licht, das gibt's doch nicht. Das ist doch alles nicht wahr. Okay, Jeremy Christophs Tagebuch. Ach, das ist verdammt lange. Okay, Jeremy Christoph, Tagebuch vom 5.9.1986, also vor seinem Tod. Oh, ja. Deren Existenz ich hinterher leugnen werde. Natürlich. Jeremy Christoph, Tagebuch vom 17.02.1986. Ich habe das immer noch nicht richtig realisiert. Ich wurde versetzt nach, mir graut davor, dieses Wort schon wieder zu schreiben. Ich habe mich heute zum ersten Mal gefragt, warum ich eigentlich unbedingt eine Waffe mit einer Kugel brauche. Ja, warum eigentlich? Mir ist spontan wirklich kein zwingender Grund eingefallen, aber ich bin sicher, dass ich dem Grund noch auf die Spur komme. So langsam, nach dem dritten Whisky, stellt sich etwas wie Resignation ein. Wenn der Chef mich wirklich versetzen will, können sie es ohne weiteres tun. Ich habe immerhin einen Vertrag bei denen unterschrieben. Aber die sollen nicht glauben, dass sie mich protestlos in die Hölle schicken können. Wenn schon, dann wird das für diese Schreibtisch-Fanatiker die unangenehmste Versetzung, die sie je durchstehen mussten. Ich werde jedes Formular falsch ausfüllen, alle Budgets überziehen und mich über jede Kleinigkeit seitenweise beschweren. Die werden sich noch wünschen, dass sie mich in Schottland unter einem großen Stein verscharrt hätten. Oh, natürlich werde ich bei allen Beschwerden und privaten Briefen den Zeitunterschied vergessen. Alles klar. Unser Held Malcolm hat etwas dazu gesagt. Das werde ich aber erst im nächsten Part beschäftigen, wann unsere Zeit wieder um ist. Bis zum nächsten Mal.